In der 2. Juli-Sitzung 2024 des Südruhler Landtages wurde zunächst das Wirtschafts- und Finanzdokument 2025-2027 genehmigt. Dieses beschreibt die Rahmenbedingungen für die Finanzplanung des Landes. Es folgte dann die gemeinsame Behandlung von drei von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwürfen zur Rechnungslegung und zum Nachtragshaushalt 2024 des Landes. Insgesamt umfasst der Nachtragshaushalt 587 Millionen Euro, wodurch der Landeshaushalt 2024 auf mehr als 8 Milliarden Euro anwächst. Im Nachtragshaushalt sind nun 100 Millionen Euro für den Bereich Personal für Kollektivverträge vorgesehen, rund 70 Millionen Euro für das Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus, 50 Millionen für das Ressort Gesundheit sowie 43 Millionen für das Ressort Soziales. Die Opposition kritisierte in der Generaldebatte unter anderem, dass dem Nachtragshaushalt die politische Orientierung fehle, dass die Ressourcen des Rekordhaushalts nicht richtig genutzt würden, dass der Landeshaushalt 2024 more of the same sei, man sehe keine politische Linie und kaum Neues. Die Mehrheit indes verwies auf die stabile Wirtschaftslage und die Vollbeschäftigung vorgesehener kollektivvertragliche Maßnahmen und darauf, dass die Leistungen im Gesundheitswesen massiv erhöht wurden. Die Behandlung des Nachtragshaushalts wird voraussichtlich bis Mittwoch andauern.